Hallo, wir sind hier im Stadtteil Niederaußen und befinden uns hier auf einer neu angelegten Obstwiese. Wir von der SPD haben uns gesagt, hier wollen wir helfen, weil aufgrund der Witterung der letzten Wochen leiden viele Bäume. Hier sind viele neue Obstbäume angelegt worden im vergangenen Jahr, also junge Bäume, die regelmäßig bewässert werden müssen. Wir hatten in der Werbeposte am vergangenen Sonntag eine Anzeige, dass wir 50 Säcke zur Bewässerung stiften. Und diese Säcke sollen jetzt hier auf dieser Obstwiese auch montiert werden. Und da bitte ich meine Helfer, bitte mal rüber zu kommen. Das sind unsere Stadtratskandidaten Markus Rasten, Rüdiger Hunke, Uli Krause und der Kreistagskandidat Udo Meleski. Diese Bewässerungssäcke werden jetzt dann mit Wasser gefüllt und damit ist gewährleistet, dass die Bäume auch bei trockener Witterung überleben können. Wir von der SPD setzen uns für unseren Ort ein. So, jetzt wird der letzte Obstbaum von unserem Kreistagskandidaten Uli Meleski noch mit einem Bewässerungssack versehen. Wir haben jetzt insgesamt 15 jungen Bäume mit Bewässerungssäcken versehen. Das war, glaube ich, eine sehr gute Aktion der SPD, die wir auch gerne an anderer Stelle wiederholen. Und wir hoffen jetzt alle mal, dass die Bäume jetzt gut den Sommer überstehen. Vielen Dank! Vielen Dank!